Hey Leute und willkommen zu einer neuen Texture Pack Vorstellung. Diesmal die zweite und zwar habe ich mir das Texture Pack Thwax Pure BD Craft rausgesucht. Das wurde mir mehrmals vorgeschlagen. Es ist ein Texture Pack, was es schon sehr lange gibt und ich habe gedacht, 64er Variante ist ein bisschen langweilig, deswegen habe ich mir 256er Variante runtergeladen. Allerdings es hakt, es ruckelt und so weiter, vor allem bei dieser Map hier, die ja ziemlich viel beansprucht, den Speicher. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir das Ganze mal ganz kurz auf das 64er. Nur mal, um euch ganz kurz zu zeigen, dass es davon echt mehrere Versionen gibt. Es gibt 16, 32, 64, 128, 256 und 512, glaube ich, aber 512 klappt bei mir so nicht mal. Also das Texture Pack, wie ihr schon seht, sehr comic-ähnlich gehalten. Die Texturen und so weiter sind natürlich auch auf 64er Stufe immer noch recht angenehm anzuschauen. Aber ich finde allgemein sieht alles ein bisschen gezeichnet aus, ein bisschen die Kanten schon sehr hart. Also sage ich mal, jetzt nicht so realitätsnah, sondern mehr wirklich, ja, wie ich schon sagte, Comic-Zeichentrick-ähnlich. Hier die Tiere, schau mich mal an, du blödes Ding, du. Hier, die Tiere sehen auch ziemlich witzig aus. Jetzt läuft das hier so, na egal. Jedenfalls ist halt wirklich alles comic-mäßig gehalten, auch das Bett und so. Und was man auch gut sehen kann, ist bei Stein, Moment, da war Stein. Moment, Moment, Moment. Also ich bin jetzt gerade im Creative Mode, aber wenn ihr im Survival Mode seid, wenn man den abbaut, kommt da auch so ein komisches Gitter, was auch comic-mäßig gehalten ist mit so komischen Zacken. Also jetzt nicht unbedingt ganz, ganz realitätsnah, aber auf jeden Fall comic-ähnlich. Mit Better Grass sieht das Ganze dann nochmal ein Stück besser aus, habe ich jetzt aber gerade nicht drin, beziehungsweise gerade nicht reingemacht und deswegen sehen die Kanten da so aus. Tiere allgemein finde ich sehr gut gelungen und was ich auch witzig finde, ist zum Beispiel Äpfel und Fackeln, wie schon gesagt, alles comic-ähnlich gehalten. Aber was ich am geilsten finde am Texture-Pack sind die ganzen Werkzeuge, Moment, ich bin gerade noch in der Version 1.2.5, weil für die anderen Versionen der Shader noch nicht, Shader noch nicht draußen ist. Hier zum Beispiel das Diamantschwert und so, ich finde die Texturen einfach extrem geil, die werden zum Beispiel auch bei Honeyball, glaube ich, verwendet. Und sogar diese kleinen Teile sind auch nicht rund gehalten, also die XP-Punkte, sondern die sind auch eckig, aber diese Dinger hier, die finde ich einfach so geil. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die einfach auch, ja, wegen diesem Comic-Style recht interessant. Und was man auch schon sieht, ist, dass die Schaufel hier unten im Inventar falsch rumgedreht ist, also 90 Grad nach in den Westen gedreht, sage ich mal. Das ist einfach, weil, wenn man dann was abbaut, sieht das wirklich so aus, als würde man das weghacken und nicht wie bei einer Spitzhacke, dass man das wirklich einfach so wegschlägt, dass es dann einfach weg geht, sage ich mal. Also ist auf jeden Fall schon ganz cool. Jetzt gerade geht doch gerade, äh, jetzt gerade geht auch gerade auch gut. Also jetzt gerade geht auch die Sonne unter, also man kann dann auch sehen, wie sich das Ganze hier verändert, wenn man, wenn quasi die Nacht einbricht. Und ich finde dieses Texture-Pack ist besonders dafür geeignet, wenn man, äh, irgendwie viel in der Höhle ist, viel rumspielt mit irgendwelchen Zombies, weil die Mupps sehen echt total geil aus. Ähm, und für Redstone-Sachen, naja, kann man auch verwenden, aber ich finde, das sieht jetzt nicht so unglaublich toll aus mit irgendwelchen Redstone. Und da sollte man dann lieber OCD-Texture-Pack verwenden, äh, welches in der, ich schon mal gezeigt habe, in der bisherigen, äh, Texture-Pack-Vorstellung, die vor der hier hochgeladen wurde, die ist unten in den Videoantworten verlinkt. Ähm, Mond und so alles, wie ihr schon seht, okay, ist ein Halbmond, aber, äh, auch eckig gehalten. Ich gehe hier mal so rum, ähm, seht ihr auch schon, also echt alles eckig. Und, äh, naja, das ist das Texture-Pack Thwex Pure BD-Craft, gibt es in ganz, ganz vielen Versionen. Ich spiele gerade die 64er-Variante, kann ich euch nur empfehlen, läuft auch eigentlich ganz flüssig. Äh, viele hatten mich auch gefragt, was denn das hier für eine Map ist, und das ist ganz einfach, äh, eine Download-Map. Also, die wurde erstellt, die habt, das ist kein Seed hier, äh, sondern schaut doch einfach mal in die Beschreibung, dort findet ihr einen Download-Link zu dieser Map. Einfach mal vorbeischauen, wenn ihr die auch spielen wollt. Und da hinten sehen wir auch schon die Creeper und so alles, also sieht echt ganz witzig aus. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr das Video gut fandet, gebt ihm bitte einen Daumen hoch, wenn ihr es scheiße fandet, bitte einen Daumen runtergeben. Ähm, schreibt mir Text-Pack in die Kommentare, die ich vielleicht als nächstes vorstellen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!